...wohl mit irgendwie roten, schwarzen Steinen gearbeitet haben und Weißen, die in der Region wohl weit verbreitet waren. Da sie bestimmte Ziegen und so weiter als Tiere verehrt haben, die in der Region wohl auch verbreitet waren. Da ist wohl auch Elefanten. Elefanten haben sie verehrt, die waren wohl früher auch dort. Und was da auch passen würde, ist, dass irgendeine Insel, da gab es wohl einen Vulkanausbruch, der ganz plötzlich war. So wie es ja öfter mal ist, wie man es ja auch von Plinius schon kennt. Und ja, da glauben die Leute dann halt, weil da viel Land in sich zusammengefallen ist, dass das irgendwie dann mit den Atlantern zusammenhängen könnte. Weiß ich nicht. Ist jetzt nicht so meine Theorie irgendwie. Meine Theorie zur Flutkatastrophe wäre eher, dass wir aus der Bibel die Theorie, die Geschichte mit dem Noah kennen und der Arche. Meiner Meinung nach ist die Theorie mit der Arche und der Noah wahr, aber nicht, dass der Noah da hingegangen ist, hat eine riesen Arche gebaut. Sondern meiner Meinung nach ist es wahr, dass es diese Flut gab. Ja, also in dem Gebiet, wo die ganze Bibel, wo das aufgeschrieben worden ist, gab es eine riesen Flut. Da die Leute früher noch nicht wussten, dass es 10.000 Kilometer entfernt noch irgendwelche Menschen gibt, haben sie gedacht, die ganze Welt wäre betroffen, weil sie kannten ja nur das, was um sie rum ist. Und das war für sie die Welt. Und ja, deswegen waren sie dann eben der Meinung, wir bauen jetzt die ganze Zeit Obsidian ab. Ich weiß, das ist langweilig, aber ich muss mich gerade aufs Erzählen konzentrieren. Ich finde das so sau interessant. Und dafür können wir dann danach, wenn wir das hier abgebaut haben, Leute, können wir einen geilen Schutzbunker für den Angen noch bauen und können die Nether-Portale bauen. Also, was wollen wir mehr? Ja, also eindeutige Beweise für Wasserstraßen gab es dann da und so weiter. Ja, genau, diese Sinnflut. Dass die wohl, also die Sinnflut, glaube ich, biblisch gesehen, soll 3.000 noch irgendwas gewesen sein. Würde ja, ja, würde nicht ganz hinkommen mit dem 9.000 vor Christus. Aber, wer weiß es, vielleicht gab es auch 9.000 vor Christus eine Sinnflut. Und das geht nämlich, glaube ich, so ein bisschen einher mit dem Ende der letzten Eiszeit, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, irgendwie könnte auch das Eiszeitende gewesen sein, irgendwo dann so ein natürlicher Damm gebrochen sein oder so. Man weiß es nicht. So, dann gibt es jemanden sehr Interessantes, von dem habe ich auch schon mal erzählt hier in dem Let's Play. Edgar Cayce. Und Edgar Cayce kündigte im Jahr 1968 die Auferstehung von Atlantis im Gebiet Binimi an. Tatsächlich hat man 1968 im Gebiet Binimi die Straßen von Binimi entdeckt. Man ist sich immer noch nicht sicher, ob diese Straßen von Binimi nun natürlichen Ursprung sind oder ob sie künstlich erschaffen worden sind. Auf jeden Fall hat Edgar Cayce das angekündigt. Wirklich Atlantis gefunden hat man nicht. Vielleicht gehörte ein Teil von den Straßen von Binimi zu Atlantis. Man weiß es aber nicht. Ja, man weiß nicht, ob es künstlich ist oder nicht. Das Problem ist, man könnte es natürlich ganz leicht irgendwo auch prüfen. Problem ist nur, dass dort überall Korallen sind. Und so wie ich das mitgekriegt habe, darf man in Amerika diese Korallen nicht zerstören. Die stehen unter Naturschutz. Wenn man da jetzt aber ein bisschen forschen will, wie alt der Stein ist und ob der bearbeitet wurde oder nicht, muss man die Korallen vom Stein entfernen. Und das darf man nicht. Damit macht man sich in Amerika strafbar. Und da die Forscher keine Sondergenehmigung kriegen, geht das wohl nicht. Also so habe ich es gehört. Ist ein bisschen dumm gelaufen. Was ist das denn? Ne, lass mal andere Musik machen. Ich muss... Mach mal die Musik. Die ist geil. Ist so ein bisschen Regenwaldmusik. Ist richtig geil, finde ich so. Das passt mit den alten Kulturen und so. Äh, ja. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Er hat auf jeden Fall immer wieder von Atlantis erzählt. Hat sogar den Aufbau von Atlantis beschrieben. Mit was für Königen es da gab und wie viele Reiche und was auch immer. Also, hm, ja, da gab es einiges. Er sagt zum Beispiel auch, dass Atlantis Luftschiffe gehabt haben soll. Gewagte These. Sehr gewagte These. Aber auch er sagt, dass Atlantis schwere Steine bewegt haben soll. Da sind wir wieder bei der Sache mit den Ägyptern Stonehenge und allem, ja. Also, irgendwie muss es da einen Zusammenhang geben, wenn man dem glaubt. Also, meiner Meinung nach gibt es da auch einen Zusammenhang. Wir kennen so wenig alte Kulturen bisher. Also, ich finde es aber auch komisch, ja. Man hat diese antiken Kulturen. Und es scheint irgendwie so einen Schnitt gegeben zu haben. Ab diesem Zeitpunkt irgendwie ist das Wissen der Alten größtenteils weg. Die sind verschwunden und keiner weiß mehr was von denen. Ja? Finde ich komisch irgendwie. Dass wir heute in der Neuzeit kaum noch was von diesen mega alten Kulturen wissen, aber die da waren. Irgendwie sehr komisch. Ähm. Dann erwähnte er zum Beispiel noch, dass sie mit Atomkraft gearbeitet haben sollen. Dass sie Uran und Radium als Hauptausgangsmittel für Atomkraft. Sehr gewagte Thesen, ne. Also, ob ich damit so übereinstimmen soll, weiß ich auch nicht wirklich. Aber ich lese euch das mal so vor. Ähm. So, und das. Das ist jetzt wirklich sehr interessant. Er sagte, dass ein Mann namens Peniel, er würde eine entscheidende Botschaft überbringen. So, Peniel, diesen Mann gibt es wirklich. Und dieser Mann veröffentlichte. Also, er hat das gesagt, dass dieser Mann entscheidend veröffentlichen würde, bevor der, glaube ich, geboren worden ist, überhaupt, dieser Mann Peniel. Oder, beziehungsweise, als er noch ganz, ganz jung war. Und tatsächlich veröffentlichte dieser Mann Peniel 1998 ein Buch über Atlantis. Ja. Und sagte große, äh, ne, große Steinquatter bei Binimi. Ja, was der gesagt hat, hab ich gar nicht mehr aufgeschrieben. Auf jeden Fall, ich hab mal reingelesen, ein bisschen in das Peniel-Dingen. Er erzählt auch viel von den Strukturen, ähm, über Atlantis. Also, Königreiche, wie das aufgebaut sein soll, was die geistigen Dehren von Atlantis gewesen sein sollen, und so weiter und so fort. Ähm, ja, dann gibt's interessante Sachen. Äh, die Bahamas zum Beispiel, da wird behaupt, äh, einige Wissenschaftler behaupten, dass die bis 1000 nach Christus unbesiedelt gewesen, ähm, sein sollen. Das ist aber wohl auch widerlegt. Also, es muss Leben auf den Bahamas schon gegeben haben. Also, Straße von Binimi, Bahamas, das ist alles in der Ecke. Was haben wir denn noch? Dass Meteoriten vor 11.000 Jahren im Atlantik niedergingen. Ja, dann haben einige Forscher, haben noch Theorien, das sind aber Amateurforscher, muss ich dazu sagen, haben Theorien, dass vor 11.000 Jahren, das heißt zur Zeit 9600, so ungefähr, äh, ein Komet im Atlantik niedergegangen sein, ähm, soll. Das heißt, wenn so ein, stellen wir uns einfach mal vor, da geht so ein, äh, etwas dickerer Komet im Atlantik rein, und näher den Anden, weil die Theorie Atlantis in den Anden, wenn überhaupt, finde ich, am, ähm, aufschlussreichsten, weil der Mann auch am besten recherchiert hat, dann kann das natürlich schon gut sein, dass, ne, ich mein, wir sehen, was mit, äh, Japan passiert, wenn so eine Überschwemmung kommt. Wir haben zwar Technologien, aber gegen solche Naturgewalten können wir uns auch nicht wehren, und da werden sich auch, äh, Atlanter nicht wirklich gegen wehren hätten können, sag ich mal. Ähm. Ähm, Carolina Base soll durch, äh, Kometenteile entstanden sein, Bodenveränderungen sind durch Vereisung der Erosion entstanden, da gibt es also verschiedene Meinungen, unter Wasser, Felsen, Nahwissenschaften, natürliche Formationen, ja, das war das, ich muss kurz mal hier durchgucken, kurz, jetzt kommt das Coral Castle, das habe ich ja schon erzählt, ähm, muss ich mal kurz gucken, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Ah, genau, genau, was sehr interessant ist, ist, äh, da gibt es 10.500 vor Christus eine BBC-Dokumentation, da wird auch, ist auch nicht alles so richtig, aber was sehr interessant ist, ist, dass, äh, die Leute früher wohl ihre Gebäude nach den Sternen ausgerichtet haben, beziehungsweise sie haben die Gebäude so gebaut, wie die Sterne am Himmel sind. Das ist nämlich zum Beispiel auch eine Theorie, die gesagt wird, weswegen die Sphinx älter sein soll, äh, als 3.000 vor Christus. Da nämlich, äh, gute, 10.500 vor Christus, die Sphinx und die Pyramiden von Gizeh, also die Sphinx, gingen genau im Sternbild des Löwen auf, und die Pyramiden von Gizeh waren genau im Sternbild des Orion. Ja, da gibt es Theorien, da gibt es noch in Kambodscha gibt es, äh, so eine Tempelformation, die in einem Sternbild genau 10.500 vor Christus aufging. Und an der Küste von Japan irgendwo gibt es auch eine Unterwasserpyramide, obwohl man sich da auch noch nicht ganz sicher ist, ob das nicht eventuell natürliche Formationen sind. Es sieht wirklich aus wie eine Unterwasserpyramide, wenn man die Bilder sieht. Äh, da war wohl irgendwie auch ein Volk oder so sagt man, der Tempel hat, steht auch unter einem bestimmten Sternzeichen und das, dieser Tempel würde auch genau um, äh, 10.500 vor Christus in diesem Sternbild stehen. Ist natürlich schon interessant, dass in so verschiedenen Gebieten der Erde irgendwie zu 10.500 vor Christus irgendwie diese Pyramiden da so gestanden haben, also in den Sternbildern aufgegangen sind, ne? Ähm, ja, das, das hat, dazu, da gibt es auch noch Gemeinsamkeiten, sag ich mal. Ähm, so, jetzt muss ich mal gucken. Dann gibt es Berichte davon, dass die Bewohner von Yucatan, das ist die Maya-Insel da, äh, auch nahe Mexiko, dass, da gibt es also Berichte irgendwie von alten Völkern, dass es eine Insel östlich von Mexiko gegeben haben soll, die innerhalb einer Nacht untergegangen ist. Das wurde also von den Völkern von Mexiko weiter getragen, sag ich mal. Weil, und das ist natürlich auch schon komisch, ja, Platon erzählt irgendwie davon und die Völker von Mexiko erzählen irgendwie auch von der Insel, die da so untergegangen sein soll. Auch wieder gewisse Parallelen, die man einfach, denke ich, wo man, die man nicht abschlagen sollte, die schon wirklich sehr interessant sind. So, jetzt haben wir es hier aber auch bald geschafft. Ich, ich, ich rede mich schon wieder um Kopf und Kragen, aber es ist auch einfach so spannend gerade, Leute. Ich, ich, ich muss darüber reden. So, dann gibt es noch die minoische Kultur, da vermuten auch einige, dass das eventuell Atlantis sein könnte. So, ähm, dann hat man noch, das ist auch interessant, das würde zu Edgar Cayce wieder passen. Moment, ich muss gerade mal kurz gucken, wo war's. Dann hat man 1967 Überreste der Stadt in, äh, Santorin entdeckt, also einer Stadt in, äh, Santorin. Und, äh, wenn wir uns an Edgar Cayce, ähm, ne, wenn wir daran denken und überlegen, er hat gesagt, 1968 soll Atlantis auftauchen, dann findet man 67 was in Santorin. Und, äh, das sind wohl Überreste der, der minorischen Kultur, wenn ich das jetzt hier so richtig, äh, lesen kann. Und da wird auch gesagt, hier hätten einen hoher, ähm, hohen, technischen,